Und schlagen für bald zurück. Dabei wollen sie durchaus ernst genommen werden. Aber nicht beim Wort. Aber nicht beim Wort. Was ist passiert? Politiker haben Panik. Rap ist oftmals eine negative Nachricht. Gute innen herrschen Zustände, die abnormal sind. Geh in L.A. oder Boogie Down halen. Ja klar, möchtest den Teufel an das Land malen. Schnau ist fein, Bill Mousane, nachher bin Laden. Bringt gar nichts an den Stari. Sie pushen ihre Wahlen und Medien haben Nahrung. Halt, stopp, ich krieg' uns echt barig. Ich bin ein Rappartist und steck' in den Wackel. Sagen wir Gangsterrapper. Das hängt ja wohl alles. Ich bin ein normaler Dude, damit das klar. Kann mir jemand erklären, wieso Radiostationen die Musik nicht spielen, obwohl sie hoch in den Charms ist? Das ist der Lifestyle von Generationen. Sie ist nicht Rapmusik, ganz und radikaler. Das ist Musik, Volksmusik, bis in Stolzmusik. Aus nüt wird Goldmusik. Das ist Musik, Volksmusik, bis in Stolzmusik. Aus nüt wird Goldmusik. Das ist Weltwirt für Millionen. Das ist Musik über Generationen. Volksmusik für unsere Ohren. Eine neue Welt, eine neue Jena ist geboren. Okay, die Rap-Klischee sind nicht. Für die meisten Dose ist ein moderne Kunstsport. Okay, dass bald beherrlicht wird. Wir sind noch Brichterstatter. Das ist noch so. Nein, ich bin weder der Stress noch der Jimmer. Was das Thema betrifft, hebe ihn zu ihnen. Das sind Facts, Raps und kein PR. Wir sind zu alt, zu clever zum Gangsterspielen. Das sind tausend Kids wachsen auf. In Popmusik ein ganzes Movement. Das Movement heift sich Schritt für Schritt auf. Bild an der Plattform bin ich heutige Jugend. People, People, es ist Zeit, dass sie begreifen. Rap ist nicht entstanden von Knarren und Bitches. Sondern du Tanzmusik leider um Grafini. Selbst wenn ich heut stirb, hab die Story weiter. Das ist Musik. Volksmusik. Bis in Stolzmusik. Ausgült wie Tonmusik. Das ist Musik. Volksmusik. Bis in Stolzmusik. Ausgült wie Tonmusik. Das ist Weltkrieg für Millionen. Das ist Musik mit Generationen. Volksmusik für unsere Jahre. Eine neue Welt, eine neue Jena ist geboren. Frauenfeld, wo sie neue hat, jo! Wer mir regt der Stolz und Brot, was kommt gerade ganz wahr aus? Wer mir regt der Stolz und Brot, was kommt ganz wahr aus? Sagen wir euch jetzt! Das ist Musik. Volksmusik. Bis in Stolzmusik. Ausgült wie Tonmusik. Das ist Musik. Volksmusik. Bis in Stolzmusik. Ausgült wie Tonmusik. Das ist Weltkrieg für Millionen. Das ist Musik mit Generationen. Volksmusik für unsere Jahre. Eine neue Welt, eine neue Jena ist geboren.